Willkommen in Gord, eines der charmantesten Dörfer Frankreichs. Am Fuß dieses Hügels liegt das Haus, das wir zum Kauf anbieten. Erreichbar in jeweils 45 Minuten von Avignon oder vom Flughafen Marseille. Auf einem 5.500 Quadratmeter großen Grundstück bietet das vor zwei Jahren renovierte Objekt ein Wohnzimmer mit großem offenen Kamin, eine Galerie, ein Esszimmer, eine neue Küche, drei Schlafzimmer, Bad, Gästeduschbad, zwei WC sowie Wasch- und Lagerraum. Mit Ausnahme der Galerie sind alle Räume ebenärtig. Daneben finden Sie zwei Terrassen, das Poolhaus und eine Doppelgarage. Der 5x10 Meter Pool ist umgeben von Rasen. Sehr reizvoll ist die 360 Grad Rundumsicht über die Felder weg. Sehen Sie Joukas, Roussillon, Gould, Gord und im Hintergrund das Liberon-Gebirge. Der Besitz befindet sich in einer Top-Lage. Die gesamte Zone um Gord-Liberon ist sehr beliebt, sowohl bei Künstlern und Schriftstellern als auch bei Politikern und Repräsentanten der Wirtschaft. Das hat auch dazu geführt, dass Sie in direkter Umgebung eine Fülle von Angeboten in kultureller, sportlicher und kulinarischer Hinsicht finden. Interessiert? Dann kontaktieren Sie uns bitte über diese Daten. Vielen Dank. Vielen Dank.